Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Dieses Privileg genießt Johannes Strolz, der hier am Allberg gemeinsam mit seiner Familie einen Bergbauernhof bewirtschaftet. Wenn er nicht gerade dem Motormier hinterherläuft, stürzt sich der 31-Jährige auf zwei Brettern die Pisten hinunter. Denn Johannes ist ein weltberühmter Skirennläufer. Bei den Olympischen Spielen in Peking holte der Vorarlberger zweimal Gold und einmal Silber und schrieb damit österreichische Skigeschichte. 34 Jahre nach seinem Vater, der ebenfalls Olympiagold in der alpinen Kombination gewann. In diesem Video erleben wir den Profisportler ganz privat. Am elterlichen Betrieb in Wart begleiten wir ihn bei der Heuernte. Dabei erfahren wir mehr über seine wunderschöne Heimat, über die Parallelen zwischen Landwirtschaft und Skisport und über seine Pläne für die Zukunft. Wir sind da zwischen Lech und Wart im Gemeindegebiet Lech. Das nennt sich Bürsteck, wo wir da gerade stehen. Das ist ein Bergmarkt, das wir schon einige Jahre bewirtschaften. Es hat sechs Hektar. Es ist ein wunderschöner Platz, wie man sieht. Die Umgebung spricht für sich selber. Unser Biohof liegt in Wart. Der Papa bewirtschaftet die ganzen Felder mit meiner Hilfe. Wir haben sechs Milchkühe, die wir jeden Tag zweimal melken. Original Braunvieh. Das ist die Philosophie vom Papa. Ein bisschen zurück zum Ursprung. Und ja, wir sind den ganzen Sommer natürlich stark mit der Heuernte beschäftigt. Und das ist jetzt mein Lieblingsplatz vom ganzen Jahr, wo es eigentlich am schönsten zum Heiber ist. Ja, unser Betrieb hat seit kurzem technisch eine massive Aufrüstung gekriegt. Wir haben in einen Lindner Unitruck 122 L-Drive investiert und sind seit dem Sommer auch mit dem IBEX Motormäher, mit dem IBEX G2P von Terratec unterwegs. Und das ist wirklich eine massive Arbeitserleichterung für unseren Betrieb, für uns alle. Alles in allem einfach die Schlagkraft, die ist unvergleichbar zu davor einfach. Ja, die Bewirtschaftung wäre ohne die technische Möglichkeit fast gar nicht mehr möglich. Man hat immer weniger Leute zur Verfügung, die einem helfen, was auch klar ist. Und dementsprechend ist es einfach wichtig, dass man selber viel weiterbringt. Und gerade bei mir, ich habe ja doch sehr, sehr viel Trainingsumfang, den ich abspulen muss. Und da ist es wichtig, dass man dir weniger Tag dir einfach für die Heuernte ideal sind, dass man dir wirklich mit Schlagkraft nutzen kann und da etwas weiterbringt. Das ist einfach entscheidend. Ja, also das ist jetzt die erste Saison, die an mir mit dem IBEX unterwegs sind. Wir haben einen G2 und ist für unseren Betrieb wirklich die perfekte Maschine. Was mich speziell überzeugt hat in der Testphase im Vorjahr schon, ist in erster Linie die verschiebbare Achse gesehen. Also das ist wirklich, ja, das ist wirklich ein Riesenunterschied. Umso extremer das Gelände wird, umso mehr macht sich das bemerkbar. Es ist erstens ein Riesensicherheitsplus, zweitens eine unheimliche Arbeitserleichterung in dem Sinn, dass man einfach den Schwerpunkt der Maschine immer perfekt einstellen kann und durch das nie so viel Kraft aufwenden muss, wie bei einem herkömmlichen Motormeer. Also ich kann mich erinnern, wie es mit der vorigen Maschine gesehen ist. Da hat man beim Umdrehen im ganz steilen Gelände wirklich sehr, sehr viel Kraft gebraucht, dass man die Maschine stabilisieren hat können und der IBEX ist das Vorteil eigentlich von selber und man kann sich sogar noch ziehen lassen. Und was der nächste große Vorteil mit sich bringt mit der Achsverschiebung ist der, dass man einfach, egal ob man ein leichtes oder schweres Anbaugerät angekoppelt hat, man kann die Maschine einfach immer perfekt einstellen. Und das hat uns auch ermöglicht, dass wir eine größere Bandbreite an Anbaugeräten verwenden können und die wirkliche Handarbeit auf ein Minimum reduzieren können immer in schwerstem Gelände. Und das ist der ganz große Vorteil von dem Gerät. Der LS-Grip, die Bereifung, das Luftstachelrad, das wir auf dem IBEX verwenden, ist auch noch einmal ein riesen Fortschritt. Also da traue ich mich wirklich zu sagen, das ist 100 zu 1 im Vergleich zu einem Alu- oder Stahlstachelrad. Also es ist wirklich speziell in steinigem Gelände, so wie es bei uns ist, ist es ein riesen Vorteil. Man merkt einfach, dass die Maschine weniger beansprucht wird, es ist weniger grob, es geht viel weicher, viel geschmeidiger. Es ist ein angenehmeres, sicheres und vor allem auch schonenderes Arbeiten für und mit der Maschine. Was natürlich auch einen Vorteil mit sich bringt beim IBEX ist, dass es auch ein ganz gutes Grundlagentraining ist für mich, wo man eigentlich gar nicht so mitkriegt, dass man jetzt stundenlang Ausdauereinheiten macht. Das geht dann so nebenzu. Das ist natürlich ein netter und ein guter Nebeneffekt von dem Ganzen. Also ich muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich den ganzen Tag am Meeren bin. Und der Unitrack bietet eine super Gelegenheit, dass man den Kopf trainiert, dass ich wirklich konzentriert ans Werk gehe, weil, wie es vorhin schon gesagt hat, man muss einfach in dem Gelände mit den großen Geräten hochkonzentriert ans Werk gehen und da habe ich mit beiden auch noch ein ganz guter Training sichergestellt. Also mit Terratec hat unser Heimbetrieb jetzt wirklich ein wirklich guter Partner in Resita. Ich habe natürlich das Glück, dass die geografische Nähe gegeben ist und habe durch das auch schon ein paar Mal in der Firma sehen dürfen und habe auch schon einen Teil der Mannschaft kennenlernen dürfen. Und ich bin wirklich beeindruckt, mit was für einer Leidenschaft bei Terratec geschaffen wird. Also man spürt, dass der Lukas mit Leib und Seele dem Projekt nachgeht und all seine Zeit und Energie da reinsteckt. Darum ist so ein gutes Produkt rausgekommen und auch seine ganze Mannschaft, die dahinter steht, ist einfach top. Also es sind fast alle mit landwirtschaftlichem Hintergrund. Man merkt, dass da wirklich ein Feuer brennt für dieses ganze Thema und dementsprechend ist man da in guter Hand. Ja, wir haben jetzt seit dem Jahr auch einen Lindner Unitrack 122 L Drive. Ist wirklich eine top Maschine. Was mich vor allem überzeugt hat, ist der stufenlose Fahrantrieb. Das ist wirklich unglaublich komfortabel und vor allem auch ein riesen Sicherheitsplus im Hang. Man kann mit viel mehr Gefühl fahren und das eliminiert auch viele Fehlerquellen. Man kann sich nicht verschalten. Also es ist wirklich in erster Linie ein großes Sicherheitsthema gesehen. Ich habe wirklich das Gefühl, dass das Gerät für die Zukunft einfach das Richtige ist und dass der Hof durch das gut gerüstet ist für die nächsten Jahrzehnte. Da bin ich überzeugt. Und ja, es ist jetzt mal eine Freude, wenn man in das Gerät einholt. Also man kann es eigentlich kaum erwarten, bis es wieder zum Heu einführen wird. Dementsprechend ist dann natürlich die Arbeit auch einfach eine schöne. Der Komfort ist kein Vergleich zum vorigen Transporter. Ist natürlich klar, da sind einfach 30 Jahre Entwicklung dazwischen. Das spürt man. Und ja, wenn ich denke, wenn ich jetzt den ganzen Tag mit dem Unitrack Vollgas unterwegs bin, dann steige ich am Abend aus und ja, ich habe das Gefühl, okay, ich habe zwar etwas da, aber es ist jetzt nicht so, dass einem der Kopf brummt und das ganze Gestell wehtut, sondern man hat einfach einen komfortablen Arbeitsplatz, einen übersichtlichen, einen sauberen, der wirklich intuitiv bedient werden kann. In Kombination mit der Vollfederung ist man auch wirklich relativ zügig. Ich weiß noch, beim Alta Transporter ist jedes Schlagloch ein riesen Hindernis gesehen. Speziell mit Gegenverkehr hat man da ein bisschen Bauchweh gekriegt bzw. hat sogar stehen bleiben müssen. Und jetzt rollt man da gemütlich drüber. Und was beim Unitrack für mich einfach ein Riesenthema ist, ist die Vierradlenkung. Unser Betrieb ist jetzt nicht so, dass man mordsmäßig weite und große Flächen zur Verfügung hat. Wir haben viele verwinkelte und enge Stellen und mit der Vierradlenkung ist es trotz langem Radstand möglich, dass man da die Wendigkeit voll ausspielt und da eigentlich problemlos überall durchkommt. Also aktuell ist der Unitrack bei uns hauptsächlich in der Heueramte im Einsatz mit dem Ladewagen. Wir haben da, wie gesagt, riesen Plus an Schlagkraft gewonnen und in Zukunft wäre angedacht, dass man eventuell mit benachbarten Landwirten, die interessiert sind, miteinander Anbaugeräte hertut. Da geht es speziell um Mischstreuer, geht es um Güllefässer. Und das sehen Sie halt auch als großer Vorteil, wenn man dieselbe Grundmaschine hat, kann man einfach solche Anbaugeräte oder Aufbaugeräte miteinander hertun und gut verwenden. Bei uns werden es immer mehr Unitracks. Es sind jetzt in Wart fünf Landwirte und vier von denen fahren mit einem Unitrack. Von dem her macht es schon Sinn, wenn man da ein bisschen zusammenhilft. Mit der Firma Lindner habe ich natürlich auch einen super Traditionsbetrieb, der schon jahrzehntelang unglaublich gute Maschinen herstellt. Und das macht sich auch spürbar. Speziell jetzt bei der stufenlosen Technologie merkt man einfach, dass sie durch den Traktorenbau viel Erfahrung gesammelt haben und das in Transporter einfliert. Und auch bei der Firma Lindner merkt man einfach, dass sie für das Berggebiet brennen. Das ist einfach ihre Nische, ihr Steckenpferd und genau darum ist das einfach für uns, für die Umgebung der ideale Partner. Ja, was wir halt tagtäglich dann auch vorfinden, sind einfach anspruchsvolle Hänge und Fläche, die wir bewirtschaften. Und da kommt einfach die Parallele zum Skisport ins Spiel bei mir. Im Weltcup ist man wirklich auf der schwersten Hänge unterwegs. Ich muss einfach das hundertprozentige Vertrauen haben, wenn ich in einen Steilhang einfahre beim Rennen, dass mein Material so funktioniert, wie ich das will und dass es verlässlich ist. Und das ist in der Berglandwirtschaft eigentlich nichts anderes. Wenn ich in einen steilen Hänge einfahre, dann muss ich einfach vollstes Vertrauen in mein Gerät, in meine Maschine haben. Und man muss einfach wissen, es ist sicher, es funktioniert und es ist zuverlässig. Und das habe ich einfach bei uns im Betrieb, dass man moderne Maschinen hat, die dementsprechend zuverlässig sind. Und wo man weiß, okay, das passt, wenn man die gewissen Spielregler und Grenzen einhebt, dann ist man sicher unterwegs. Die Landwirtschaft ist ein super Ausgleich für mich. Ich finde da einfach immer ein bisschen Ruhe und kriege auch den Kopf vor allem frei. Also man fokussiert sich dann wirklich einmal komplett auf das. Speziell im Gelände, wenn man mit der Maschine auch unterwegs ist, dann muss man wirklich hochkonzentriert sein. Und da habe ich dann keine Zeit, um zu überlegen, wie werde ich noch stärker, wie werde ich noch schneller, wie werde ich noch besser im Materialsektor und und und. Das ist dann alles einmal nebensächlich. Es ist speziell auch, wenn man dann mit den Tieren in Kontakt ist, eine richtig gute Erdung. Ein Trainer hat zu mir einmal gesagt, wenn du heimkommst und in den Stall gehst, der Kuh ist das komplett wurscht, ob du beim Rennen gut gefahren bist oder schlecht gefahren bist, ob du etwas gerissen hast oder nicht. Und genau so ist es. Da merkt man dann wirklich, dass sich die Erde weiter dreht und dass es auf der Welt noch viel mehr gibt, als wir zwei Bretter und ein paar Slalomstangen. Und ja, da ist das glaube ich immer wieder auch eine gute Hilfe, dass man die Füße am Boden hat. Also aktuell liegt der Fokus bei mir natürlich voll auf dem Skisport. Es ist einfach wichtig, dass ich da noch 100 Prozent von meiner Energie einstecke und mit der Landwirtschaft als guter Ausgleich dazu funktioniert das ganz gut. Und mein persönliches Ziel ist in Zukunft, dass ich nach meiner Skikarriere den Betrieb von zu Hause weiterführe. Der Skisport ist der schönste Sport, den ich mir überhaupt noch vorstellen kann. Es ist jedes Mal, wenn ich auf der Ski unterwegs bin, ein Privileg, dass ich das machen darf. Und genauso ist es mit der Landwirtschaft. Es ist beides nicht immer einfach. Man muss viel, viel opfern. Man muss wirklich viel dafür gehen, dass es funktioniert. Aber man kriegt dafür umso mehr zurück. Man muss viel Geld verdient Tools zu kommen. Man muss viel Geld verdient ab und gibt suis Solo für den Essen. Untertitelung des ZDF, 2020